Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 21. August 1821. Heute, vor 200 Jahren, wurde der homeopathische Arzt Wilhelm Heinrich Schüßler geboren. Peter Mayer-Hüsing. Es beginnt etwas morbide. Der Oldenburger Mediziner Wilhelm Heinrich Schüßler besorgt sich über das örtliche Krematorium die Asche Verstorbener und untersucht sie auf ihre Bestandteile. Was hier übrig bleibt, so seine gewagte Hypothese, muss für den Menschen lebensnotwendig sein. Seit 15 Jahren praktiziert Schüßler bereits als homeopathischer Arzt, ist aber mit der großen Menge homeopathischer Präparate unzufrieden. Er sucht nach mehr Einfachheit in der Behandlung. Außerdem befindet sich die Medizin im Umbruch. Weg von Konzepten wie der Säftelehre hin zu mehr materialistischen Erklärungen, denen Schüßler gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Als sein gleichaltriger, berühmter Kollege Rudolf Firchow feststellt, die Krankheit des Körpers ist gleich der Krankheit der Zelle. Und ein weiterer Mediziner ergänzt, die Krankheit der Zelle entsteht durch den Verlust von anorganischen Salzen. Folgert Schüßler daraus, Und da sind wir wieder bei der etwas unappetitlichen Asche Verstorbener. Denn genau hier extrahiert Schüßler besagte Mineralsalze, zwölf an der Zahl, und etabliert sie als Grundpfeiler seiner neuen Therapie. Calciumfluoratum, das Salz für Bindegewebe und Haut. Calciumphosphoricum, das Salz für Zähne und Knochen. Ferumphosphoricum, das Salz für das Immunsystem. Schüßler verdünnt nach homeopathischer Tradition seine Salze, denn nur so, meint er, gelangen sie dorthin, wo sie wirken sollen, in das Innere der Zelle. Er nennt seine Therapie Biochemie und arbeitet damit bis an sein Lebensende, trotz zunehmender Anfeindungen von Schulmedizin und Homöopathen. Bei den Menschen im Oldenburger Land ist der als verschroben bekannte Mediziner aber beliebt, behandelt er doch auch mal des Nachts oder bei knapper Kasse umsonst. Gerade hier in der Umgebung von Zwischenahn im Ammerland war es weit verbreitet bei den Bauernschaften, dass nur mit Mineralien von Schüßler behandelt wurde. So die Heilpraktikerin Ingeborg Wilken, die selbst mit Schüßlersalzen arbeitet. Und wie so häufig bei alternativen Heilmethoden ist es auch hier. Einerseits Skepsis, andererseits großes Vertrauen. Meine Ex schwört auf Schüßlersalze. Die hat, glaube ich, die komplette Bandbreite ausgenutzt. Für mich macht das so viel Sinn wie mit Globuli verhüten, glaube ich. Ich habe schon zweimal mir so Tabletten gekauft gegen Hautkrankheit und wegen dem Rücken. Aber ich weiß nicht, was das soll. Mit vor allen Dingen die Salze, mit den verschiedenen Nummern, welches dafür gut ist. Weil man ja sagt, man soll nicht so viel Salz essen. Die Naturwissenschaft kommt bei Schüßlersalzen, ähnlich wie bei der Homöopathie oder bei den Bachblüten, zu einem eher vernichtenden Urteil. So etwa hier der Chefarzt eines Uniklinikums, der zu alternativen Heilmethoden geforscht hat. Wir müssen von wissenschaftlicher Seite her sagen, die Daten, die wir haben, belegen, ja, es wirkt bei Menschen, wenn sie daran glauben. Also der Placebo-Effekt zieht hier. Aber doppelblind, Placebo-kontrolliert, muss man einfach sagen, wirkungslos. Geboren wurde der Begründer der umstrittenen, aber nach wie vor beliebten Alternativtherapie, Wilhelm Heinrich Schüßler, heute vor 200 Jahren in Bad Zwischenahn. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.